So Freunde, was geht ab und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Account, Freunde. Wie ihr es schon am Titel lesen könnt, heute kommt wieder ein neuer Prank an Jalal. Ich bin heute wieder nach Hannover gefahren, weil ich irgendwie meine deutsche Reisepass gemacht habe. Ja, ich bin Deutscher, ich bin Deutscher, ich bin Deutscher, ich bin sehr level. Tausend Flüchtlinge, jeden Tag, das ist keine Warnung, das ist Realität. Auf jeden Fall, Freunde, ja, wir werden heute Jalal pranken, wenn er von der Schule kommt, das ist 11 Uhr morgens. Das heißt, er wird erst um 13, 14, 15 Uhr oder so von der Schule kommen, je nachdem, ob er jetzt Hort hat oder nicht. Und wir werden dann sein Handy nehmen, weil sein Handy lässt er immer zu Hause, das darf er auf jeden Fall nicht in die Schule mitnehmen, das weiß ich. Und deswegen werden wir uns dann sein Handy schnappen und so tun, als ob der Display kaputt ist. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal dorthin und schön erstmal frühstücken und schnappen uns ein Handy und machen den Prank. Abonniert Freunde, lasst ein Like da, ein Abo, aktiviert die Glocke, schickt mir ein Screenshot auf Instagram, dass das gemacht hat und wir sehen uns gleich bei Jalal. So, Freunde, wir haben jetzt so einen Hintergrundfilter auf YouTube gefunden und wir werden ihn einfach die ganze Zeit so anbehalten und wir warten jetzt, bis Jalal von der Schule kommt. Es sieht schon eigentlich real aus, ne? Ich sag euch ehrlich. So, Freunde, wir haben auf jeden Fall jetzt den Hintergrund und ich bin gespannt, wie er reagiert, wenn er gleich von der Schule kommt. Okay, Freunde, wir stehen jetzt hier draußen und Jalal müssen eigentlich jede Sekunde von der Schule kommen. Ich bin echt gespannt und das ist sein Handy. Oh mein Gott. Er kommt, er kommt, Leute, er kommt. Er kommt, oh mein Gott, sieh dir. Oh mein Gott. Leute, es geht los, es geht los. Ich muss das Handy positionieren. Ich wollte dir zeigen, wer der geschrieben hat. Oh mein Gott. Bitte, bist du sauer? Nein, warte. Egal, Baba kann das eh wieder bestimmt reparieren. Er kann das reparieren. Was soll ich machen jetzt? Ich versuche es, ich muss es. Das war doch nicht extra. Und Jalal, ist doch egal, ich kann das reparieren. Hä? Okay, nee, ist egal. Das ist egal, wenn wir das oben gehen und TikTok machen. Ist egal? Sicher? Ja, lass TikTok machen. Bist du nicht böse? Echt? Ja, ist egal, das ist ein Handy. Okay, klar. Jalal, bist du sicher, dass du nicht traurig bist? Ja, das ist eh ein Handy. Du bekommst mir eh so viele Sachen. Echt? Lass hochgehen. Sicher? Ey, krass, okay. Schau, 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 Jalal, warte. Es ist ein Prank, guck mal. Ja, warte mal, warte mal. Wer ist, wer ist deine Crush, der dir geschrieben hat? Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, dass dir jemand geschrieben hat. Wer ist das? Sag ich dir nicht lieber. Ich hab's gesehen, ich hab's genau gesehen. Ja? Gib meine Handy zurück. Okay, aber nur, wenn du sagst, mit welcher Anfangsbuchstabe dein Crush anfängt. Die. Okay, okay, hier, bitteschön. Dein Handy kriegst du zurück. Geh hoch. Komm, wir machen jetzt ein paar Videos. Schreibst du da dein Crush-Video oder was? Aha, nein, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Warte mal, warte mal. Handy, Handy. Ich hab's dir. Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall. Wir haben einen kleinen Prank gemacht mit Jalans Handy. Aber wie willst du trotzdem, dass er jetzt einen Crush hat? Nein. Komm her, Jens. Ja, lass auf jeden Fall ein Abo oder ein Glocke aktivieren, like, kommentieren und die TikToks von uns angucken. Und willst du noch was sagen? Tschüss, tschüss, tschüss.